Servus Leute! Einige von euch haben sich vielleicht gefragt, was ist mit dem Silence los, warum ist da völlig abgetaucht und ich habe ja auch davor schon immer weniger Videos gemacht, sodass Battlefield 4 raus ist und das liegt einfach nur an Battlefield 4. Ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel und ich möchte jetzt auch gerne mehr darauf angehen, woran es denn liegt, aber ganz kurz in einem Satz. Die ganzen Shooter-Grundsätze sind einfach völlig misslungen in dem Spiel und es kommt einfach nicht mehr auf können an. Deswegen spiele ich aktuell eigentlich nur DayZ und die Standalone gefällt mir sehr gut. Am Anfang dachte ich, das ist öde, aber da habe ich mich gewaltig getäuscht. Es ist gar nicht mal so schlecht, dass die Zombies weniger geworden sind und dafür intelligenter. Man kann sie im Moment noch ein bisschen zu leicht platt machen, aber ich denke, das ist sowieso alles nur ein temporärer Zustand und da wird sich noch viel ändern. Ja, DayZ hat halt den Nachteil, dass es immer sehr viel Zeit drauf geht und gerade jetzt, wo es noch keine Vehicles gibt, braucht man halt schon sehr lange, um sich überhaupt mal zu finden und zu treffen. Aber das Spiel an sich, obwohl es ja eine Early-Alpha ist und obwohl noch gar nicht alles drin ist, funktioniert einfach viel besser als Battlefield. Und vor allem kommt es da auch ein bisschen aufs Können und auf Taktik an. Der Spielspaß ist höher, weil man einfach seinen Charakter immer wertvoller macht mit Loot und so weiter und auch mit den neuen Gegenständen und so wird es immer mehr. Und es wird einfach nicht so schnell langweilig dadurch. Und die Firefights sind unglaublich spannend und da kommt es dann halt wirklich auf Skill an und auf Taktik und aufs richtige Aiming. Es spielen so viele Einflussfaktoren eine Rolle und wenn man alles richtig kombiniert, dann kann man eben gut sein. Ja, und YouTube mache ich deswegen jetzt gar nicht mehr, weil Battlefield war eigentlich meine einzige Motivation, das zu tun. Und die fehlt jetzt natürlich komplett und Day-See-Videos, glaube ich, brauche ich nicht machen, weil da bin ich selber jetzt nicht so der übelste Pro und da stecke ich auch zu wenig Zeit rein. Und deswegen bin ich mehr oder weniger von der YouTube-Bild-Fläche verschwunden. Ja, was soll's, selber schuld, Dice. Ich habe das Spiel eigentlich immer gemocht und jetzt ärgere ich mich nur, dass ich die Kohle da reingesteckt habe. Und wenn ich Dice oder beziehungsweise das Game aufgebe, dann will das schon was heißen. Ich habe es immer wieder probieren und jedes Mal hat es einfach keinen Spaß gemacht, war immer nur frustrierend. Selbst wenn man erfolgreich war, war es mehr oder weniger nicht spaßig, weil halt einfach die Fehler und das Geläge und das Nicht-Funktionieren und so weiter. Aber ich will jetzt gar nicht mehr weiter darüber ablästern. Ich habe schon innerlich auch irgendwie abgeschlossen damit, dass Battlefields mein Hobby halt jetzt einfach nicht mehr gibt in der Form. Und jetzt bin ich halt mehr oder weniger Gelegenheits-Day-C-Zocker und ansonsten verbringe ich die Zeit irgendwie anders. Soviel nur mal zu mir, was denn los ist, wohin ich denn verschwunden bin. Ähm, ja, mehr will ich gar nicht sagen, nur dass ihr immer Bescheid wisst und dass ich dann einfach völlig spurlos verschwunden bin. Und jetzt genießt noch die kleine Szene hier in DayZ und dann bin ich erstmal weg. Bis denn. Ciao. Da ist ein Spieler. Zwei Spieler. Voraus. Bleibt in Decken. Hintlegen. Bleibt auf jeden Fall in Decken. Wir gehen zu den Tents. Zwei Spieler angreifen oder nicht? Haben sie Waffe? Ja. Anja. Ich gehe mal vor. Kommt mal mit. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, ich bin da, wo ich die ganze Zeit bin. Die ist halt noch ganz da hinten. Ach du Scheiße. Naja, wir gehen mal vor, Deins. Brain. Okay, ich wage mich mal ganz vorsichtig an. Da sind sie. Ich sehe sie. Die Sonne ist scheiße. Ich bin so eine Art Headwitch. Ich rück mal weiter vor, die fangen bestimmt gleich das Looten an. Jetzt zur Tanne. Ich kann da nur noch durchschießen. Habst du bis jetzt noch nicht gesehen? Ich bin an der Seite weitergelaufen. Ja, ich hab dich gesehen. Aber wo sind sie genau? Irgendwo bei den Zelten. Irgendwo im mittleren Bereich, glaube ich. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Zwei. Ich weiß nicht, ob die mich sehen. Bleib mal ein bisschen weg von mir. Ich bleib erstmal hier, wo ich bin. Die haben mich gesehen, die haben mich gesehen. Komme näher. Ich bin im Deckung. Ich hab eh nichts, um mich zu wehren. Also der eine ist hinter dem Zelt. Ich lasche hier mal ein bisschen rum. Pass auf, bleib schussbereit. Ich bin hier hinter der Wand. Gleich links und ihr. Hast du ihn? Ich hab einen getötet. Ist ein Jabler natürlich Bescheid? Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Der andere weiß jetzt Bescheid, ja. Ich versuche jetzt einigermaßen zu flankieren, oder es laggt wieder wie die Sau. Wer ist da hinten? Das bist du, ne? Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, du bist immer noch hinter den Säcken da. Ja. Weißt du? Er versteckt sich jetzt. Würde ich auch mal. Bist du im Zelt? Ich stehe an der Wand und kann... Fuck! Ich bin tot. Was? Ich bin tot. Keine Ahnung, von wo der jetzt geschossen hat. Ich wurde von hinten, glaube ich, getroffen, weil ich von vorne konnte mich nicht treffen. Ich stand nämlich an der Wand. Schießt du? Ich schieße, ich schieße. Ich hab einen erwischt. Wo ist denn der? Ich seh ihn nicht. Der war im Zelt. Der war im Zelt. Ich seh ihn da hinten. Aber ich tefte ihn nicht. Niemals. Ich bleib in Deckung. Ich behalte lieber den anderen im Auge, der noch bei den Zelten ist. Der ist hinten bei der Wand, wo wir hergekommen sind. Bei dem offenen Stück. Ja, da hinten bei den Bäumen. Bei den Zelten habe ich ja einen erwischt. Der hat, glaube ich, ne Sniper. Der ist doch noch ein Typ, oder? Ist das ein Typ? Was ist denn das? Der liegt da hinten. Da hinten, ja. Der bandagiert sich und macht Schall und so ein Shit. Ich trau mich nicht an den ran. Ganz ehrlich. Ich seh ihn nicht genug. Wo bist denn du jetzt? Der weiß bestimmt, dass ich da bin. Ich weiß nicht mehr, ob ich das nicht. Ich bin beim Eingang von... Hör dich auf zu rollen, du Arschloch! Was? Da ist ein Spieler, oder? Was ist da hinten? Der ist immer noch da, jetzt schaut er. Nice. Ich hab ihn, ja. Er ist down. Er ist tot. Ich hab ihn, ja. Der ist nochmal eine nuggets. Ich hab ihn, ja. Ich hab ihn, meines. Los, du für innen in rezipert. Lensch��, ich hab ihn.